hallo und herzlich willkommen zu einer folge clash royale und am anfang fangen wir mal an mit einer silber trug was haben wir hier 18 gold einen pfeil und ein ritter gut ja ich bin hier im clan fire tschuldigung der flieger für diesen anruf ok neue videos dann starten wir direkt einen kampf gegner suchen aber direkt wieder kampf ja hier ist mein deck die grabstein lakai des kinder damit die schweif die 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 Nein, komm bitte. Er ist einfach gestorben. Alles klar. Schlimm. Jawoll. Gut gemacht. Und gleich an. Alles klar. Ja, er kommt jetzt an der Wahlkirche. Er spricht. Er spricht ja kein. Spricht er was los? Ja, wir haben wir durch Achtel. Und... Ja, easy. Also wir haben heute noch Achtel jetzt. Durch Achtel. Heute rausgekommen. So. Alter, der ist heiß. Oh, easy. Der Feuerball drauf. Droppen. Und... Er kommt jetzt an. Er kommt mit einem Brixen. Wie er gefickt. Notensohn. Wieder geschenkt direkt aufgreiflich hat doch gar nichts zu lassen. Und der so. Ich war noch und nicht brauche und nicht brauche. Und der macht einfach nur so direkt. gut. An die drei Schlange einfach drauf. Das war grad so überflüssig. Und das wird das Elixieren. Ich bin mir. Ich bin mir nicht. Der kommt mit einem Pekel. Loi. Ich werde ihn schon aufmachen. also der ist bei mir als auch im kanal machen wir so mein kraft und so was für den sohn was für die lüge ich glaube ich habe und bei den die sind 6 der schmuck was für die städte Das ist ein Püttensbäber, Alter. Püttensbäber, Alter. Jetzt kommt der schon! Ja, da sind die Texer, Alter. Jetzt kommt der noch nicht gut! Püttensbäber, Alter. Bööööööööööö..... Alles klar Digga, wie ich einfach seinen Trick-Dillin liebe. Weil ich dich echt mal rasiert hab. Ich nehme... Oh Gott, ich habe die Pickles verstanden. Geh, 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 geh. Ha, jetzt kommt der noch mit Blut. So ein Pekka-Sex, Leute. Warum macht sowas von Gott nicht gedacht, Alter? Jetzt kommt... Wer hat mir da Käse? Er bekommt mit Barbaren und Lukian oder sich kommt mit Riesen. Ich würde das eigentlich wieder in Barbaren sitzen. Oh, der Pekka ist aber gut schon ab. So ein Pekka-Sex ist ja hier. Oh Gott. So ein Pekka-Sex ist ja hier. So ein Pekka-Sex ist ja hier. Spy, mein Gott, geh mal. Wow. Gut. GG, motherfucker. Oh. Ich habe gerade was hier, wie die Wahlen jetzt hier. Ich habe vergessen, dass er die hat. Wie da einfach alle um sich hauen, ne? Wie du mal, Alter. Da ist mir. Nix. Wie viel Damage. Wie viel Damage, Alter. Ja, das Ding. Ja, sagen wir mal, das war erstmal das Erste. Für heute das Erste Clash Royale. Und nächste Folge machen wir einen Online-Kampf. Ciao, ciao.